Auch Florians Mutter kommt mit. Das ist lieb von Ihnen. Geben Sie uns die Sachen. Dann können Sie an die Seite einsteigen. Und setzen Sie zu Ihrem Sohn, ja? Florian geht es besser als zunächst befürchtet. Das ist dann alles in Ordnung. Aber es gibt natürlich auch ganz schwerwiegende Fälle, die man sich halt nicht so alltäglich wünscht. Wenn man eben halt kleine Kinder hat, die wieder mal wieder beliebt werden müssen, aus welchem Grund auch immer. Also das ist eine Sache, die nimmt man nach Hause. Das ist ... Ja, das ist hart. Du kannst ruhig die Augen zumachen, wenn du schlafen möchtest, okay? Das dauert jetzt erst mal noch eine Viertelstunde, bis wir da sind. Aber das Gute ist, er kommt gleich dran, wenn er mit uns fährt, ne? Wenn es um das Wohl von Kindern geht, macht Andreas Röder keine Kompromisse. Also da wären bestimmt andere bei gewesen, die gesagt hätten, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben war. Mit der Vakuummatratze, die Geschichte. Aber andererseits, man würde sich Vorwürfe machen, wenn man ins Krankenhaus kommt und nachher wird festgestellt, dass der Lütter sich vielleicht einen Wirbel angeknackst hat. Und dass man durch eine falsche Bewegung nachher, ich sag mal, ihm mehr zugetan hat, als vorher war. Und von daher sage ich, wir sind zufrieden und wir haben das fachgerecht abgearbeitet. Florian hat Glück gehabt. Es ist nichts gebrochen. Für jeden Feuerwehrmann steht auch ein Bett auf der Wache bereit. Die sogenannte Bettenrolle ist fester Ausrüstungsbestandteil. Ach guck mal. Wollen wir die Betten wieder zusammenschieben? Das hätt's wohl gerne. Wir schlafen hier auf keinen Fall wie zu Hause. Zu Hause schläft man immer am ruhigsten. Da ist das halt eher selten, dass man nachts hoch muss. Und hier ist das natürlich eine Nummer unruhiger. Wenn wenig los ist, das merkt man vielleicht schon, dann hat man auch mehr Ruhe beim Schlafen oder beim Ruhen. Richtiges Schlafen ist das eigentlich nicht. Kann man sich ja vorstellen, wenn man, ich sag mal, um eins, um drei und um fünf nochmal in Einsatz fährt, dass die Nacht alles andere als ruhig ist und entspannt. Deswegen handhabe ich das dann so, dass ich mich zu Hause halt nochmal ein paar Stunden hinpacke. Feuerwehr Rettustienst Hamburg, wo genau ist der Notfallort? Welche Straße? Sie müssen sich beruhigen. Hallo? Sagen Sie mir bitte genau, was passiert ist. Okay. Ist der Angreifer noch in der Nähe? Der nächste Fall für Andreas Röder und Frank Mecklenburg. Das hat jetzt nicht auf der Körber verletzt. Zweiter Sieger nach Deckungsfehler, so die Bezeichnung derartiger Einsätze im Feuerwehrjargon. Obwohl diese Einsätze oft alles andere als lustig sind. Diesmal soll der Täter noch im Haus sein. Moin. Haben wir bei Ihnen geklingelt? Nein. Nein. Was ist los? Ja, wissen wir auch noch nicht. Plötzlich ändert sich die Lage. Die beiden Verletzten behaupten, der Mann an der Tür sei der Täter. Wart mal hier. Was? Du bist aggressiv? Nee, Sie sind gerade aggressiv. Lass mich ruhig. Nicht anfassen. Ich bin ruhiger Mensch. Ja, dann kommen Sie doch mit, bitte. Da sind zwei Leute, die beschuldigen Sie, dass Sie sie geschlagen haben. Das ist mir scheißegal. Ja, aber Sie müssen noch warten. Verstehen Sie das? Schön hier bleiben. Sie bleiben jetzt hier. Was verstehen Sie daran nicht? Weil die Verprügelten nur leicht verletzt sind, haben Frank Mecklenburg und Andreas Röder Zeit, auf die ebenfalls alarmierte Polizei zu warten. So, passt mal auf. Der Herr ist uns gerade entgegengekommen hier raus, dann sind wir nach oben zu dem Patienten. Und er ist der Tat beschuldigt. Den haben wir eben noch eingefangen. Wir würden uns jetzt gerne erstmal um den Patienten kümmern. Das passiert uns öfters, dass wir im Rettungsdienst angegriffen werden oder zumindest, sag ich mal, jetzt, wenn eine Straftat passiert ist, stehen wir ja auch, ich sag mal, selbst als Bürger in der Pflecht, denjenigen festzuhalten, wenn wir uns selber nicht gefährden. Also man muss schon immer vorsichtig sein. Ich sag mal, das wäre jetzt blöd gewesen, den noch durch die Lappen gehen zu lassen und die Polizei hätte ihn nicht mehr gekriegt. Mein Name ist Mecklenburg von der Feuerwehr. Er ist geschlagen worden. Ja, und Sie auch? Ja, ich bin da. Wir haben Nasenblumen gehabt. Aber ich bin vorher, ich bin... So, ich muss eben kurz beruhigen, ja? Wo ist die Polizei? Die ist auch... Jetzt kommen Sie mal eben... Sie sollen das auch wissen. Ne, ist doch alles gut. Lassen Sie mal eben kurz kommen. Einmal die Zähne raus, äh, Zähne zeigen. Haben Sie eine Prothese drin? Nein. Alle Zähne drin? Ja. Tasten Sie die mal wieder. 62, ich hab in der Hand. Das ist auch gut. Die Verletzungen sind nur oberflächlich, aber die Gemüter sind erhitzt. Wohnen Sie hier alle zusammen? Nein, ich wohne alleine. Der muss nach Kohlen. Ab hier der Kohle. Der wohnt bei mir zurzeit zwei Jahre. Ohne Anmeldung. Das sag ich ihm bei. Wie ist denn das passiert? Da waren ein paar Gespräche und so weiter und da hab ich zu ihm gesagt, er soll mal ein bisschen ruhig sein und so weiter. Ich hab als Erster geschlagen worden, weil er irgendwas aufgeregt hat. Ja. Er hat ihn geschlagen und dann hat er mich geschlagen. Und dann? Ja. Ja. Ja, es ist ja durchgedreht. Alles klar. Ich würde gerne einmal den Blutdruck bei Ihnen messen, wenn das in Ordnung ist. Das schlagartige Ende der Party könnte ein Nachspiel haben. Bei späteren Schmerzensgeldansprüchen wird eine ärztliche Diagnose mit entscheidend sein. So, also Folgendes. Das schlägt einen ja tot hier. Wollen Sie ins Krankenhaus, ja? Nein. Also wir können so weit keine Brüche verstellen. Nein. Wir haben aber hier auf der Seite eine kleine Abschürfung. Ja, nein. Das fand ich. Finde ich gar nicht lustig, so was. Ich war gerade im Krankenhaus. Ich stelle Ihnen auch noch mal die Frage, möchten Sie jetzt ins Krankenhaus? Ich halte das nicht unbedingt notwendig, aber wenn Sie möchten, dass das vom Arzt aufgenommen wurde ... Was? Ja, vielleicht haben Sie mit. Ihn hatte er auch schon dreimal zugeschlagen. Mein Patient möchte mit ins Krankenhaus? Ja. Er möchte mit. Wollen Sie sich das nicht auch noch überlegen, mitzukommen? Nein. Doch. Gehen wir beide zusammen. Wollen wir gehen? Ja. So, ist das Ihre Tasche? Das ist meine Tasche. Gut, dann nehmen Sie die gleich mit. Ja. Für Andreas Röder und Frank Mecklenburg steht damit ein Doppeltransport an. Auch das gibt es. Ist halt der ganz normale Wahnsinn. Es gibt, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Und, ähm, mittlerweile hat man so ziemlich alles gesehen schon im Leben, ne? Ja, zwei Bier. Ja. Zwei Bier. Die Angaben zum Alkoholkonsum sind widersprüchlich. Bei Straftaten spielt der aber eine Rolle. Ein bisschen was getrunken, aber ging so. Wie viel? 2,21. Na ja, das geht ja. Schön gleichmäßig. Und los. Weiter, 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 weiter. Ich schaff das nicht. Aber zu viel heute. Gut. Ja, wird das ganze Gerät nochmal absprühen? Oder zu viel. Nee, nee. Ich schaff die Barm nicht mehr. Zwei Bier. Genau, drei. Gut. Also, können wir los, Männer? Ja. Holen wir? Ja. Gut. Alles klar. Warmbäcker Hochadel nennen die Feuerwehrleute liebevoll das Klientel, das nach erhöhtem Alkoholkonsum zum Notfall wird. Oh, wir sind ein Schatz. Ja, ich bin ein Schatz. Geht's? Wo ist denn mein Handy? Ja, da oben. Da oben. So, wird's gehen oder soll ich ihn mal lieber untergreifen? Ja. Ha. Ja. Vielen Dank für alles. Danke. Vielen Dank. Tausend Dank. Das kann man nur sagen. Gut. Ja. Mein Handy ist auch ruhig. Ja, immer noch. Ja. Tschüss. Wir müssen. Jo. Vielen Dank. Tschüss, viel Spaß mit denen. Tschüss. Dankeschön. Die Patienten sind übergeben, aber der Fall noch nicht abgeschlossen. Das war ja wieder ... Horror. Horror, ey. Was noch fehlt, ist die ungeliebte Schreibarbeit. Das war noch was bei Nasen, ne? Ein typischer Einsatz im ehemaligen Arbeiterviertel Barmbeck. Also das ist ein Einsatz, der ist auch nicht vom Wochentag völlig unabhängig. Das ist unser tägliches Brot, ja. Ich meine, der allgemeine Begriff, Barmbecker Hochall, passt auch da wieder. So, ich mach jetzt den, der nur zwei Bier getrunken hatte, ne? Gelassenheit ist eine große Hilfe bei der Barmbecker Feuerwehr. Im nächsten gemeinsamen Dienst sind Andreas Röder und Frank Mecklenburg wieder auf dem Löschfahrzeug eingeteilt. Röder hatte zwei Freischichten, um Überstunden abzubummeln und zwischendurch einiges verpasst. Ich komm gestern wieder in die Wache mit dem Zweier. Da waren alle raus. Da waren die Lampe an. In letzter Zeit geht's sowieso, oder? Nach der Fahrzeugkontrolle gibt es eigentlich Frühstück. Heute verschiebt sich das. Zugalarm. Wachschichtführer Lars Borchert leitet den Einsatz. Raoni, erzähl mal, was erwartet uns? Zweiten Logie, Feuerschein. Okay, da hat man da Licht angemacht. Bei einem Feueralarm rüsten sich die Trupps schon während der Fahrt aus. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind fast immer auch Menschen in Gefahr. Deswegen bereitet sich immer ein Zweiertrupp darauf vor, in die Flammen zu gehen, um nach Anwohnern zu suchen. Am Einsatzort angekommen ist für Lars Borchert kein Feuer zu sehen, aber Bauarbeiter. Wir brennen die Fassaden ab. Kontrolliert also. Alles klar. Das ist genehmigt. Das ist genehmigt. Ihr habt aber das richtige Löschmittel vor Ort, denke ich mal. Wenn Sie kommen, ist alles in Ordnung. Dann hat sich das hiermit schon erledigt, dann ist das so in Ordnung. Gut, weitermachen. Trotzdem muss er früher aufwarten. Dann war's das. Viel Aufregung wegen ein paar Fassadenarbeiten. Der nächste Einsatz ist nur für das Löschfahrzeug 2. Arne Semmelhack ist heute der Chef des Trupps. Grund für die Alarmierung? Ein Keller läuft voller Wasser. Hallo. Hallo. Hallo, guten Abend. Moin. Da läuft das Wasser und es läuft schon aus der Wand raus hier. Die Wohnung da drüber, ist die in Ordnung? Das wissen wir nicht. Das Wasser läuft ja hier. Ja, es kann ja auch sein, dass das vom ersten über die Wohnung noch ein tiefer läuft. Der Schaden ist offensichtlich. Richtig gefährlich wird es, wenn das Wasser den Weg zum Strom findet. Also das Wasser läuft jetzt hier oben durch die Durchbrüche durch, die letztendlich ja in jener Wohnung entstehen, wenn irgendwelche Heizungsrohre oder so weiter durch die Decke gefüllt werden. Und das läuft jetzt natürlich direkt oben auf die Hauptverteilung rauf. So, und jetzt werden wir das einmal abdecken, die ganze Geschichte, weil die Kästen letztendlich komplett, ja, trocken sind zur Zeit. Und dann gucken wir einfach mal. Was hier passiert? Waschmaschinen-Schläuchen. Bei defekten Waschmaschinen-Schläuchen sind Schöpfkehlen ein erprobtes Einsatzmittel. Da sind mir die Rettungsdienste-Ansätze irgendwie lieber. Herrlich, ne? Jetzt ist Handarbeit gefragt, ja. Also bis zu einem gewissen Maße und dann müssen wir mal gucken, ob wir uns nicht noch einen Wassersauger kommen lassen müssen. Kleine Wirkung, großer Schaden. Das Wasser ist unter das Parkett gelaufen. Hier mehr zu machen, weil der Fußbogen muss hoch. Ich werde jetzt unten noch die Sicherungskäste abhängen und plane, dass das nicht in die Verteilung selber mit reinläuft. So, und dann übergebe ich die Einsatzstelle dem Hausmeister und dann sind wir durch. Das Schließblech, wie weit ist das? Habt ihr das sofort gemacht, oder? Ja, wir haben ein bisschen Feuerwehrklopfen gemacht und fiel das dann nach hinten raus. Feuerwehrklopfen nennen die Männer das Aufbrechen einer Tür ohne Werkzeug. Das Schloss schließt sogar noch. Das Loch in der Kellerdecke gibt dem Wasser den Weg vor. Vorbei an den Stromkästen. Also es ist hier auch wirklich in dem Versorgungsschacht einmal runtergekommen. Also hier bei den E-Leitungen. Und bietet dadurch auch eine Gefahr. Kann das Wasser da rauslaufen? Die Arbeit der Feuerwehrleute ist getan. Den Rest erledigt die Polizei. Für Feuerwehrleute ist Sport Pflicht und im Dienst ausdrücklich erwünscht. Heute haben Andreas Röder und Frank Mecklenburg tatsächlich auch Zeit dazu. Also Sport ist schon wichtig, dass wir fit sind. Wir haben hier zum Glück an unserer Wache einen sehr schönen Sportraum. Und können halt zwischen den Einsätzen der Bereitschaftszeit auch Sport treiben. Natürlich gibt's manchmal Sprüche im Freundeskreis wegen dem Sport. Aber da muss man dann halt Gegenargumente bringen. Also die schlechten Sachen mal aufzählen, die man hier hat. Und dazu gehört halt, dass man ganz wenig zu Hause ist oder viel hier ist im Umkehrschloss. Und dass wir hier zum Teil sieben Tage am Stück dann auch mal eine 84-Stunden-Woche haben. Weil keine Freizeit dazwischen ist, dann verbringen wir halt den größten Teil hier. Und dann haben wir hier auch nur die Möglichkeit, Sport zu machen.